Hitler, wir haben hier im Stockwerk, sechster Stock, drei Hitler. Sie tragen die Wäsche Frau Editha Karin Claudia von Doris. Deutscher Adel, das geht jetzt, wir sind seit 18.06. wieder hier in der Wohnung. Das geht jetzt seit 18.06. er hat einen Kappemüller, einen Grühmeier-Kappemüller sabertig später. Er sitzt vorne als Hitler in der Wäsche Doris Claudia und lässt sich von diesem Grühmeier sabertig später am elektrischen Rollstuhl auf der Meidlinger Hauptstraße in den Arsch ficken. Alle Leute schauen zu, sie sitzen beim Essen und Trinken und müssen zuschauen, wie er mit seinem Proforma Onkoscherz, Scherzer, sie von diesem Lulatsch, von diesem Kappemüller Lulatsch, Peter Grühmeier-Schweinberger, Sabertig, mit seinem vergrößerten, künstlich-medizinisch-vergrößerten, chirurgisch-vergrößerten Deniz, während dem Fahren in den Arsch ficken lässt. Der Claudius Kurze aus der Wohnung, sechster Stock, drei. Wir alle müssen auf der Meidlinger Hauptstraße zuschauen, wie das der Fall ist, dass er sie mitten im Fahren, Onkoscherz, Österreich geht, Pflege geht, Onkoscherz, ihm fahren von ihm in den Arsch ficken, Lasa. Viele Männer in unserem Haus sind rausgeschmissen worden, weil sie ihn nicht in den solchen fetten Arsch, Äsch, Bob, Bobbe wollten. Daraufhin haben die Hausleitung und der Grühmeier, Peter Fabian, die Männer rausgeschmissen. Draußen haben gewartet die Bruts, die Bruts von Hitler 1, 2, 3, in der Frauen- und Weibwäsche, Claudia, Editha, Karin, Doris. Wiederhören.